Ich bin Revin, ich arbeite im Schindler, bin jetzt im zweiten Lehrjahr und mache den Beruf als Logistiker. Ich heisse Alban, mache Lehre als Logistiker, bin Schindler in Ebike und bin im zweiten Lehrjahr. Ich bin in Ebike aufgewachsen und immer, wenn ich die Hauptstrasse durchfahre, sehe ich immer Schindler. Und da habe ich mir gedacht, ich bewerbe mich mal hier. Es ist eine grosse Firma, das wissen auch andere. Ich habe auch früher gehört, da ist eine gute Ausbildung. Im Moment bin ich in der Abteilung Rampi, das ist draussen. Ich laden LKWs ab und auf. Wir bringen die Ware rein und einbuchen und schlussendlich kommt das ins Lager. Das wird dann eingelagert. Meine Tätigkeiten sind Staple fahren, mit Materialkontrollen und zum Beispiel auch einlagern, auslagern. Zusammenstellen für den Versand parat zu machen. Wir arbeiten wirklich schön zusammen. Jeder und jeder arbeitet wirklich für uns. Wir helfen miteinander. Und es ist einfach cool, so zu arbeiten mit den Teams zusammen. Staple fahren konnte ich im ersten Mal. Schindler hat uns auch früher als die anderen für die Prüfung angesetzt. So haben wir dann auch die Prüfung bekommen und konnten gleich starten mit Staple fahren in der Lehre. Meine Hobbys sind Kampfsport und Fitness nebenbei. Und Fitness mache ich auch hier während der Arbeit. Das hat auch viel zu tun. Und es hat so einen kleinen Zusammenhang. Ich persönlich spiele Fussball im Verein, im FC Ebike. Und mache jetzt vor einem Jahr noch Fitness im Aura. Das ist auch hier in der Nähe in Ebike. Das sind eigentlich meine zwei Hobbys. Wenn auch du gerne anpacken und Staple fahren. Dann melde dich bis in der Berufsbildung.